recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nummer 215 von aborion ja wir hatten die forschungsstation hier besucht haben das alles hochgelevelt und sind dann auf den punkt gekommen dass uns da noch etwas fehlt dafür brauchen wir mehr teile und die müssen wir bei ausrüstung stock holen und dieses sollten wir jetzt mal gucken dass wir das vielleicht hier aufsuchen und schon eins dann haben wo vielleicht gewisse dinge noch zu bekommen sind wo ist das ausrüstungs stock natürlich keins dann ist das noch weiter weg dahin dann würde ich sagen gucken uns das intro an und nach dem intro sind wir dann auch da und dann wisst ihr bescheid dass wir dann da die nächste klamotter kaufen bis gleich so dann schauen wir doch mal hier ins ausrüstung rein was da so für uns gibt na bisschen näher noch irgendwo ist bestimmt docking port gleich in nähe hier vor unserer nase gleich oder attraktor stall geht schon also rangeholt und dann gucken wir mal ob wir hier ausrüstung kriegen ich willst auch mich nämlich gar nicht geguckt immer erst gucken zu 36 nur kaufen 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 dann war das feuer wir gekauft haben weil wir brauchen das hier kaufen 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 drauf pricing fertig so das bedeutet wir sind hier fertig gehen dabei weg, gehen auf die Karte, suchen nach Ausrüstungs-Doc und schicken den dann noch anders hin. Wir sind jetzt mit dem Albatross hier und schicken den dahin, weil es da auch einen Ausrüstungs-Doc gibt. Achso, wir wollten den eigentlich da hinschicken, ohne dass wir dabei sind. Das wäre jetzt Albatross mit dem, aber das ging ja nicht, weil einen Sprung nur entfernen, dann geht die Automatik nicht, oder wäre das? Warte mal das, dann das, dann das und da kommt die Meldung, das wird auch alleine entspringen können. Ne, da ist das Sprungziel. Dann fliegen wir da ein. Knäht auf, dann machen wir das halt so gerade. Und dann müssen wir schauen, dass wir mit den anderen Schiffen das auch noch machen und genug zusammenkriegen, dass wir dann was in einem Forschungslabor wieder aufleveln können. So, Ausrüstungs-Doc da oben, legen wir da ein, auch wieder weit weg, reicht wieder der Power in den Batterien gar nicht für. So, jetzt sind Leder sich nämlich schon. Jetzt wird es wieder voller. So, jetzt müssen wir hinkommen. So, ein Docking-Port bitte. Ist grad an der schlechten Seite. Und einmal andocken und dann reingeguckt. So, Ausrüstung handeln. Diesmal ist richtig. Nehmen wir. Schneller der Batterie. Nehmen wir. Wir nehmen alles Grüne auch noch dabei. Alles ist gut. Komm, wenn, dann kaufen wir den Rest auch noch gerade ein, oder? Den dürfen wir wohl nicht. So, dann haben wir hier jetzt nichts. Dann sollten wir vielleicht in ein und noch Schiff gehen. Die Lady. Wo ist jetzt die Lady? Die müsste jetzt hier eigentlich auch angezeigt werden. Auch da unten geht das hin. Da ist die Lady. Okay. Die ist beim Ausrüstungs-Doc. Also das heißt, wir wechseln einfach da nur... Ne. In Schiff, in Sektor wechseln. Schiff, Lady. Passt. Traveler, da müssten wir nur gucken, wo der ist. Vielleicht steht die Lady am Ausrüstungs-Doc und da gibt's neue Sachen und wir können die direkt einkaufen. Könnte auch sein. Ne, das war falsch. Das ist richtig. Ausrüstungs-Doc. Ist da. So, nicht weit weg. Ne. Da gibt's eine Nachricht. Automatische Begrüßung, weil wir bei einer anderen Fraktion sind. Alles gut. Aber die müssen wir vielleicht nochmal angucken. Aber, ach. Können wir gleich machen. Fliege ich erstmal dahin. Vielleicht muss ich die Batterie gleich wieder aufladen. Aber was ist das mit dem Säckchen hier oben? Ok, da kann man was verkaufen. Nehmen. Ok, da ist Ladung im Traveler. Ok. Nochmal gerade hier rein. Und dann ist das auch erledigt. Und jetzt doch dahin. Jetzt kommen uns bestimmt gleich noch ein paar Asteroiden endlich. Ich hab mir so vor, als ob das andere Schiff schneller war. Ja. Ja, bestimmt war das auch noch schnell schneller. Aber hier sind die Batterien voller oder wie sehe ich das? Und Traktorstrahl. So, reingeschaut. Ja, nicht so doll, aber... Ja, dann nehmen wir auch noch mit. Jetzt kaufen. Fertig. Raus. Raus. Ne, hier nicht raus. Da raus. Und ab in Traveller. Zu Traveller wechseln. Gibt's hier überhaupt sowas? Ja. Und auch ganz nah. Und auch ganz nah. Auch ganz nah. Einmal bitte hinfliegen. G-Dockt. G-Dockt. Ausrüstung. Ja, kaufen wir. Kaufen wir. Kaufen wir. Kaufen wir. Waffen. Dürfen wir nicht. Kaufen wir. Kaufen wir auch gerade alle. Egal. So, das haben wir auch zusammen. Sie müssten mal nur schauen, dass wir irgendwen anders irgendwo anders noch hinschicken. Albatross ist da. Albatross fliegt jetzt dann mal dahin. Starten. Und die Lady, die war hier unten irgendwo. So. Die reist dann dahin. Starten. Der Traveller sind wir. Der reist jetzt dahin. Und dann sind wir mit der Karte fertig. Automat ist an. Und kümmert sich drum, ne? Da. Ach so. Da lang. Okay. Verliegt der jetzt da auch hin? Oder wartet der noch Stunden? Ah. Jetzt geht der Hüllbaum und Tripp an. Gut. Passt schon, ne? Gut. Dann sind wir schon wieder im nächsten Sektor und gucken uns da um. Schauen, dass wir das Ausrüstungs-Dock da plündern. Gucken, was wir alle mitnehmen, ne? Da. Diesmal nicht ganz so weit weg zum Glück. Okay. Ah, die Docking-Ports sind alle da oben, super. Und wir sind schon gedockt. Ausrüstung. Hier. Den kriegen wir, den kriegen wir zum Glück auch schon. Alles gekauft. Wie sieht's hier aus? Gucken wir mal den einen ja, den anderen nein. Da gab's sogar zwei von. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Wir nehmen's mit. So, das bedeutet, hier sind wir auch schon wieder fertig. Dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt da hin mit dem Traveller. Die Lady ist da hin unterwegs, der ist da hin unterwegs. Okay, dann ist er schon am Zuge. Springt wunderbar. Das ging aber schnell. Schnell. Gut. Nächster Sektor. Und Ausrüstungsdruck ist da. Da. Ein bisschen weiter weg müssen wir dann da hin steuern. Okay. Kaufen wir die auch noch leer, ne? Na, schade. Ich dachte, da kommt vielleicht so ein Traktorstrahl an, aber war wohl nicht. Aber da sind wir schon gedockt. Ausrüstung. Kaufen. Könnte man nicht kaufen. 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 Abwracker können wir kaufen. Kauf's alle auf. Der ist hier auch was verbessert dadurch, ne? So ist ja nicht. So. Dann gucken wir mal wieder in die Karte. Das ist jetzt. Okay, dann müsste der Albatross ja jetzt schon da sein. Da ist ja keine Linie mehr, ne? Gut, dann wechseln wir mal grad zum Albatross. Der müsste jetzt am Dock sein, ne? Beziehungsweise im Sektor ist er erstmal. Am, den ist er nicht. Da ist er. Ähm. Den. Docken. Fertig. Der fliegt schon mal dahin. Die Lady ist glaube ich noch unterwegs, oder? Ja. Die braucht noch. Und der Traveler ist jetzt da. Den können wir mal nach da schicken, ne? Albatross ist da. Albatross ist da. Lady ist auch gekommen. Dann können wir in den Sektor erst gehen. Äh. Zu Lady wechseln. Guck mal an, was da zu kaufen ist, ne? Plündern wir den Laden auch noch. Ne, da wollte ich nicht hin, sondern da. Und 82. Das ist mit dem Schiff in der Ecke weit weg. So, da müssen wir auf dieser Karte ja sein. Wo ist jetzt das Ding? Wo ist jetzt die, warum geht das jetzt nicht? Ja, jetzt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Hat er das ausgewählt? Sieht so aus. Wunderbar. Das heißt, wir gehen auf die Karte und gehen, glaube ich, hier rein, ne? Oder? Albatross müsste jetzt vielleicht angekommen sein. Der hatte den weiten Weg, glaube ich auch, oder? Wir werden es jetzt gleich sehen. Ist gedockt. Ausrüstung, Gebote. Dürfen wir nicht. Schade, ist orange. Aber das war jetzt dann nicht so ein tolles Ding. Dürfen wir auch nicht. Haben wir. Gut. Äh. Ja, dann haben wir hier jetzt, glaube ich, noch unseren Traveller. Da können wir auch nochmal gerade reingehen und dann können wir da nochmal gucken. Aber ich würde dann auch sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, welches nächste Video. Leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.